Der Bullrun 2425 ist in vollem Gang und er liegt nicht nur vollkommen im Zeitplan bisher, er ist im Zeitplan sogar voraus. Bitcoin hat sein Allzeithoch mehrmals gebrochen in diesem Jahr und ist mit Stand 93.200 Dollar, ca. 8% entfernt davon, die berühmt-berüchtigte 100k-Marke zu knacken. Es ist wahrlich die am meisten erwartete und größte psychologische Marke jemals für Bitcoin. Es strömen aktuell wieder sehr viele Neulinge in den Markt. Einige wollen komplett neu in Kryptos investieren und stehen vor der Wahl. In welche Kryptos noch rein? Einige Kryptos haben ja Allzeit doch bereits um Weites überboten. Andere Kryptos sind noch ein Zehnfaches davon entfernt. Im heutigen Video möchte ich mir verschiedene Kryptos, Kategorien und sonstige Investmentmöglichkeiten anschauen und wo man am besten noch rein könnte oder ich es machen würde als Neuinvestor. Macht es zum Beispiel Sinn, noch in einen Solana-Gurs einzusteigen? Sicherlich wird Solana noch viel weiter ansteigen. Sicherlich wird Solana eine der größten und wichtigsten Kryptos des nächsten Bullruns sein. Doch den Anstieg von über 30x hatte es bereits. Und jetzt hat man da eine Market Cap von über 100 Milliarden Dollar. Andere Kryptos sind hingegen noch recht moderat gestiegen und bieten dennoch großartige Projekte. Vielleicht hat man in der aktuellen Phase sogar die letzte Chance, um sich gut einzudecken. Heute schauen wir uns alles an. Lehnt euch zurück und genießt das Video. Mit einem Like und Abo würdet ihr mich enorm unterstützen. Aktiviert die Glocke und kommentiert gerne mal, welche Krypto ihr jetzt noch kaufen würdet. In die Kommentare damit. Kapitel 1 Der Weg hierhin Beginnen möchte ich dieses Video mit einer Nachrichtig Ende 2022, frisch nach dem FTX-Kollaps und an Bitcoins dunkelstem Punkt, als es auf 15k fiel, an meine Gruppenmitglieder geschickt habe. Es soll darstellen, was für unglaubliche Chancen man zu diesem Zeitpunkt und im Bärenmarkt hatte und uns einfach mal wieder aufzeigen, dass das gesamte Marktgeschehen immer wieder historisch gesehen einem Zeitplan folgt und es vielleicht im Moment unglaublich düster und aussichtslos aussah, aber wir am Ende trotzdem wieder am gleichen Punkt sind. Die Personen, die dort drangeblieben sind, dort nachgekauft haben und das Interesse nicht verloren, sind heute die größten Gewinner. Die Nachricht war wie folgt. Ich wünsche euch allen verspätet ein frohes neues Jahr, auf das es privat gut läuft und ihr glücklich seid, auf das Probleme gelöst werden und keine neuen auftauchen, auf das ihr und eure Geliebten gesund und glücklich bleiben. Die Märkte hatten 2022 ein sehr rotes Jahr, aufgrund Zinsanhebungen der USA. Eins ist klar, im Jahr 2023 werden die Zinsen wieder zurückgefahren und die Märkte sehr wahrscheinlich wieder steigen. Zufälligerweise sind wir perfekt im Verlauf des Bitcoin-Halvings, was für ein positives 2023 sprechen könnte. Die Zinssenkungen kamen zwar ein bisschen später, aber dennoch kam alles so, wie es kommen sollte und entsprechend der Marktzyklen. Aber weiter mit der Nachricht. Die Marktzyklen, die sich seit Jahrzehnten wiederholen, scheinen sich wie immer zu wiederholen und diejenigen, die keine Angst hatten und die roten Zeiten gut ausgenutzt haben oder in den nächsten Monaten noch tun werden, werden zweifellos als Gewinner rausgehen. Denn schließlich, wie traurig es auch ist, kann man nur dann viel Geld machen, wenn die anderen Angst haben und Geld verlieren oder das Interesse verlieren an den Märkten. Es ist nun mal so, dass 98% verlieren müssen, damit 2% gewinnen können. Doch ihr habt alle Möglichkeiten, um zu diesen 2% zu gehören und euch langfristig eure Träume zu erfüllen. Doch dies erfordert Geduld, Disziplin und Glauben. Ich bin mir sicher, dass jeder, der diese Eigenschaften hat, es schaffen wird. Denn auch ich habe es so geschafft. Ein weiser Mann sagte mal, um reich zu werden, muss man nur 2 Dinge tun, investieren und warten. Genug geredet. Ich wünsche euch allen ein schönes 2023 und wünsche euch allen nur das Beste. An einem Zeitpunkt, wo Bitcoin seinen Tiefpunkt bei 15k erreichte, wo ein XRP auf unter 0,3 Dollar fiel, Cardanos, VeChains, ein Solana unter 10 Dollar fiel und so weiter, als fast alle den Glauben an Krypto verloren. Dort war die beste Chance und wer sie sah, der hat heute den größten Profit. Es sind die Verrückten, die Erfolg haben. Doch nur weil man die beste Chance verpasst hat, hat man die Chance nicht verpasst. Es gibt immer noch Kryptos, die zwar bereits gut gestiegen sind, aber noch weit von ihren Allzeithochs entfernt sind. Es gibt immer noch Gelegenheit, in diesen Markt einzusteigen, ohne als Wahlfutter zu enden. Wobei man sich eingestehen muss, falls man neu dabei ist, dass man aktuell einfach Interesse wegen den Anstiegen und wegen der Masse hat. Man versucht sich manchmal, solche psychologischen Beweggründe schönzureden und behauptet, man hätte ja damals kein Geld gehabt oder die Möglichkeiten dazu. Aber das sind meistens Ausreden, um die eigenen Fehler oder Nicht-Aktionen zu rechtfertigen. Doch genug davon, es ist nämlich nicht zu spät. Weshalb ich genauer Kryptos und Kategorien anschauen möchte, wo denn ein Investment noch lohnenswert sein könnte und wie man dies überhaupt definieren kann. Wer sich jetzt noch perfekt vorbereiten will, um maximal vom nächsten Buran zu profitieren, der ist herzlich willkommen in den Gruppen, die ich nun seit Jahren erfolgreich anbiete. Diese Gruppe ist seit nun bald drei Jahren die aktivste, profitabelste, seriöseste und größte Privat-Krypto-Gruppe im deutschsprachigen Raum mit über 1500 zufriedenen Mitgliedern, weil es eben nicht nur irgendeine 115-Gruppe ist, wie es viele Finanz-Influencer und Scammer anbieten. Ich möchte direkt schon mal betonen, dass es hier um langfristigen Erfolg geht und ihr nur etwas erreichen könnt, wenn ihr bereit seid, euch zu informieren und auch zu arbeiten für finanzielle Freiheit. Es ist das folgende Angebot, was ihr aktuell im Bild seht. Meine Mitglieder beschreiben die Gruppen meist als All-in-One-Quelle für Krypto und Investitionen. Wer hier drin ist, der ist vollkommen abgedeckt und gut beraten. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar und wer in den ersten drei Tagen die Gruppen kommt und findet, dass es ihm nicht gefällt und wieder raus möchte, liegt sein Geld rückerstattet. Jetzt kommt der schwierige Teil. Wann definiert man eine Chance als zu spät? Wann ist eine Chance gut? Bitcoin war lang unter 20k, war bei 15k, letztes Jahr das ganze Jahr über unter 40k und nun in 2024 im Monat Oktober und November ist es auf über 90k gestiegen. Hat man hier noch eine gute Chance? Nun, Bitcoin ist Bitcoin, die beste Kryptowährung überhaupt. Wird sie eines Tages bei 100k stehen? Natürlich. Selbst bei 200 oder 300k. Mit dem richtigen Zeithorizont ist auch das sehr wahrscheinlich. Aber kann man damit leben, dass man jetzt bei fast 100k einsteigt und Bitcoin vielleicht wieder auf 40 oder 50k fällt, aber gleichzeitig vielleicht nicht mehr so hoch steigt? Würde Bitcoins Top in diesem Zyklus sich mit den meisten Theorien decken, hätten wir 120 bis 160k. Es ist vom Tiefpunkt 2022 ein 10x, aber vom jetzigen Zeitpunkt her ein 1,5x. Immer noch eine starke Rendite im Vergleich zu Aktien und Co. Aber dafür ist man doch nicht hier, oder? Basierend auf dieser Definition einer guten Chance bei den aktuellen Kryptos, habe ich Kryptos, welche sehr nah am Allzeithoch sind oder dieses bereits gebrochen haben, nicht berücksichtigt. Ich behaupte keinesfalls, dass diese nicht mehr groß steigen, doch das Risikoertragsverhältnis passt für mich nicht mehr. Diese Definition muss jeder für sich selbst ausmachen, weshalb ich jetzt zu den Subjekten komme, die ich noch als gute Chance betrachte. Kapitel 3. Kryptos und Kategorien 1. KI-Kyptos Wer hätte es gedacht? Die KI-Kyptos, die so hoch angepriesen worden sind für den Bullrun und als Top-Performer gehandelt wurden, performen aktuell trotz über 30% Anstieg von Bitcoin. Ganz moderat. Alte Dino-Kyptos wie Cardano und XRP kommen und machen die Prozente. Die meisten hätten nicht damit gerechnet und haben viel eher auf die Narrativen gesetzt, wie eben KI. Man muss jedoch nicht den Kopf hängen lassen, denn genau hier ergibt sich eine Chance. In einem Bullrun steigt Krypto nach Krypto plötzlich an. Manchmal kann man es sich nicht mal erklären. Man wacht auf und diese Krypto hat 50% gemacht und in ein paar Stunden ist es eine andere. Manchmal sind es ganze Sektoren auf einmal wie zum Beispiel KI. Doch KI war noch nicht dran. Ich bin mir jedoch sicher, dass es auch hier passieren wird. Ein Fett oder Asi hatte sein Allzeithoch bei 3,5 Dollar und ist aktuell bei 1,3 Dollar. Das Spezielle, Fett hatte sein Allzeithoch in diesem Jahr. Sie sind praktisch gar nicht mit Bitcoin nachgezogen in den letzten Monaten. Ein Bit-Tensor hatte einen extrem starken Anstieg bis vor ein paar Monaten und seitdem stagniert es und ist wieder ein wenig abgefallen. Auch hier hat man eine sehr starke KI-Kypto, die aktuell den Bitcoin-Anstieg noch nicht so richtig mitgenommen hat, auch wenn sie davor schon ihre eigene Dynamik hatte. Kryptos wie The Graph oder die kleineren genauso. Der KI-Sektor ist für mich immer noch einer der Sektoren, die möglicherweise am profitabelsten sein werden. 2. Großartige Projekte, die noch weit von ihren Allzeithochs entfernt sind Nicht jede Kypto muss ihr Allzeithoch wieder brechen in diesem Bullrun. Manche Kyptos haben im Jahr 2021 utopische Market Caps und Preise erreicht. Und auch wenn sie gute Projekte haben, kann es sein, dass sie das Allzeithoch nicht brechen, aber trotzdem sehr stark steigen in diesem Bullrun. Hier muss man sich fragen, welche Projekte und Kyptos findet man gut? Welche Anwendungsbereiche? Macht man überhaupt solche Analysen oder kauft man einfach auf gut Glück ein? Macht man einfach nur das nach, was jemand anderes einem sagt? Die meisten, die sich VeChain anschauen, sind sich einig, dass ein extrem starkes Projekt und Team dahinter ist. Dennoch ist VeChain noch ein 8x von seinem Allzeithoch entfernt und hat keine allzu große Market Cap. Ein Cardano ist schon wieder stärker gestiegen, aber dennoch sehr weit von seinem Allzeithoch entfernt. Wir haben kleine Kyptos wie CKB oder Alchemy Pay, die obwohl sie so klein sind, so viele wichtige Partnerschaften und Verstrickungen haben und die auch noch nicht so stark gestiegen sind. Macht es Sinn, sich die Kyptos anzuschauen, über die jeder spricht, wie Suyo oder Solana? Oder sollte man sich eher Projekte anschauen, die gut sind und noch keinen großen Anstieg hatten? 3. Der Defi-Sektor Ich glaube, der Defi-Sektor wird wie in jedem Bullrun enorm wichtig sein. Durch die neue US-Administration unter Trump glaube ich sogar, dass es wichtiger denn je sein wird. Denn jetzt kann es so richtig von der Regierung gefördert und akzeptiert werden. Banken, Finanzverwalter, Kreditunternehmen, Versicherungen. Was man sich alles vorstellen kann. Projekte wie Phantom, Athena, Chainlink, Smartdex. Die Auswahl hier ist riesig. Kapitel 4 Fazit Wir nähern uns immer mehr einem großflächigen Bullrun, welcher auch Altcoins umfasst. Wir sehen jetzt schon wie gefühlt willkürlich Altcoin nach Altcoin täglich um 50% Anstieg. Die Frage, die man sich stellen muss ist, glaubt man, dass diese Entwicklung in nächster Zeit oder im Jahr 2025 abnehmen wird oder dass sie nur noch viel größer wird aufgrund der US-Administration unter Trump, welche praktisch alle extrem pro Krypto sind und selber Krypto besitzen? Die logische Schlussfolgerung hier ist also, dass es mehr Sicherheit und Vertrauen für Altcoins gibt. Auch der Tatsache geschuldet, dass es einen neuen SEC-Vorsitzenden geben wird, der sehr viel krypto-freundlicher sein wird. Etwas, was Altcoins immer abgehalten hat bisher. Und mein finales Fazit deshalb ist, wir könnten aktuell eine der letzten Phasen für gute Krypto-Käufe sehen, bevor Trump am 20. Januar sein Amt antritt. Wir haben Kryptos, die noch nicht so stark gestiegen sind und natürlich kann man noch auf eine große Korrektur wetten. Aber das ist im Endeffekt Casino, wenn man zur selben Zeit auch jetzt gute Chancen nutzen kann bei guten Kryptos. Reich wird nicht der, der an der Seitenlinie wartet auf den richtigen Zug.